Was antworten wir hier? Ich bin, äh, hier in der Asakon geführt, war ich nicht, das ist nicht einfach, ja, wenn man da heißt, als der Dorf, wenn man sich das sehen und fragen muss, andere Promis, was ist da los, äh, mit eurer Haare und da, wie, was ist das für eine Henke? Ja, ich muss bitte, äh, über das Thema, ich glaube, ja, ich bin kleiner, die Henke wird so größer, dann kaut. Der wurde also der moderne Mann rasiert sich heute, meine Frau, das ist auch toll, wenn erinnert.